Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Destiny 2 Beyond Light Let's Plays. In diesem Part werden wir so ein bis zwei Eisenbanner Matches machen und vorher halt jetzt noch ein paar Bounties bei Saladin mitnehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Eisenbanner Setze alles in deiner Macht Stehende ein. Kämpfe und Siege. Du hast Zone A erobert. Gegner hat Zone C veranspricht. So, jetzt geht's dran die Zonen zu erobern, Gegner zu erledigen, so wie sonst auch halt. Ihr habt den Vorteil. Macht Druck. Zone A verloren. Zone C erobert. Sie hören das Heulen und fürchten sich. Das geht besser. Geht alles besser. Na die pure Inkompetenz am Werk. Das Heulen ist verstummt. Kehre in den Kampf zurück. Du hast Zone C erobert. Der Gegner beansprucht Zone A. Zone B erobert. Ihr habt den Zonenvorteil. Es ist zu Ende. Hüter, vernichte sie. Das war's. Ihr habt gesiegt. Ja, das wird's dann wohl mit dem ersten Match. Und jetzt geht's halt noch weiter. Ein Kampf, der den eisernen Lords alle Ehre macht. Jetzt heißt es mal wieder warten, bis genug Spieler da sind, damit wir weitermachen können. Weiß nicht sowas, aber was soll man machen. Und jetzt geht's mal wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eisenbanner Lass den Wettbewerb beginnen Du hast den Zonenvorteil Müssen wir ja gerade jetzt nachladen Naja, selber schuld Die Flammen lodern, findet eure Beute und erledigt sie Jedes Mal dasselbe Ja Wenn du es mal einmal einen Kill zu kriegen wird man direkt erledigt Einfach nur schlecht so was Die Jagd ist vorbei Ihr habt den Zonenvorteil Die Flammen wurden entzündet Lass die Wölfe jagen Die Flammen sind gelöscht Alle zusammen Wie die eisernen Lords Best Du hast den Zonenvorteil Ja Natürlich Das war dumm Ich weiß doch eigentlich Dass ich nicht so eine Gegner reinkommen soll Wenn ich schon kein Leben mehr hab Wirklich Es ist zu Ende Hüter Vernichte sie Wie geht das Ich hab den noch fast Mein Gott Unbestritten Naja Trotzdem gewonnen Immerhin Das war ein Kampf Der den eisernen Lords Alle Ehre macht Ja ja Damit würde ich sagen War es das mit diesem Part Danke fürs Zuschauen And Tres Und Tres Ansch타ik Nach